...schleppt sich hier gerade mit letzter Kraft und einem abgebissenen Arsch an unser Floß. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen Mene und Brillibi. Hallo! Uh, so. Letzte Folge, Insel dahinten klargemacht. Gab ein bisschen Holz, mehr auch nicht. Und jetzt, ja, dem Procedure is every night. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Jo. Ich habe sieben Steine mittlerweile. Ich weiß auch nicht, braucht man irgendwie nicht. Ich weiß nicht, Palmsamen. Also, wenn man vermutlich, wenn man Palmensamen anbaut, kriegt man vermutlich eine Palme. Was bedeutet, man hätte dann hier an Bord eine vielleicht ungegrenzte Holzquelle. Passt voraus! Seht ihr, oder? Hat er. Ist dummerweise was rausgefallen. Da ist Schrott runtergefallen, weil ich voll bin. Ich kann uns nochmal versuchen, ein Inventar zu bauen. Eine Kiste. Wo ist denn das Ding? Wo ist denn das Lager, sag mal? Mir geht's doof. Du stehst direkt davor. Nein, zum Bauen. Hä? Kleines Lager. Direkt das zweite und dann das unterste. Ach, fuck. Sieht komisch aus, ja. Da ist ein Fass. Hier sind Fässer, hier sind Fässer links von uns. Ja, ich weiß. Schnappt sie euch. Ja, da ist noch eins, da ist noch eins. Hier, da, andere Richtung. Ich kann nicht mehr aufnehmen, jetzt müsst ihr aufnehmen. Hier kommt's, hier kommt's, hier kommt's, hier kommt's. Ja, 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 ja. Hier, wo? Hab's schon. What a world. Nur besser. So, kleines Lager, was brauchen wir? Schrott, hat jemand von euch Schrott? Nee, aber ich weiß auch nicht, ob wir, ähm, das, wir brauchen halt den ganzen scheiß Schrott für mal wichtigere Sachen, oder? Aber na, du, für ein Lager, ich meine, hallo? Ich baue jetzt hier ein kleines Lager. So, Leute, ich hab jetzt hier mal das krasse Ding gebaut, endlich. Krasse Scheiße hat er gebaut. Und das kommt jetzt hier hin. Das ist ein krasses Ding. So, da sehen wir jetzt, wo der Wind kommt. Das ist noch weg. Also, wir fahren genau dagegen. Gerade, ja. Aber wir sollten da hinfahren. Hier, Brilli, ich hab dir noch einen Holzsperr gebaut, wo bist denn du? Da. Da. Ich hab noch einen, aber danke. Aha. Nun gut. So, was haben wir denn hier noch zum Anpflanzen? Auch ein Scrap, ey. Ich hab gerade das angepflanzt. Ich finde, unsere beste Erwohnungenschaft ist diese Treppe hier, muss man sagen. Die ist Premium, ja. Die hat uns auf die Insel gebracht. Ja, die hat genauso wie Holz gekostet, wie sie uns eingebracht hat. Wie wir gesammelt haben, ja. Wir kommen bestimmt nochmal an die Insel. Ich glaube, das war keine schlechte Investition. Nee, nee. Ja, genau. Ich schwimme genau auf den Hai zu. Natürlich. Aber du bist schön vorbeigekommen. Ich glaube, der hat getroffen, oder? Der hat voll getroffen, ja. Das sieht leider nur so aus. Der trifft immer voll. Wir sind halt sehr langsam. Dankeschön. Mach da mal die Fischereien, die ich eh nicht braten kann, die zu groß sind. Verrotten die eigentlich auch, oder sind die... Ich hab' ich keine... Ja, das merke ich lieber nicht. Ich bin ziemlich low. Hai. Hat mich erwischt. Da schwimmt er. Die alte Kanalradde. Hai, Alarm. Auf Mallorca. Haust du ab, du Scheißvieh. Was sagt das Windfähnchen? Der Wind kommt von dort. Bin auch falsch rum gerade. Also zumindest von der Geschwindigkeit. Bin jetzt sehr lang. Aber ich bin nicht an Bord, also bitte nicht wegfahren. Nein, aber wir segeln gegen den Wind. Also von daher ist es leider... Dauert lang, sehr lang, bis wir bei mir sind. Ja. Tü-lü-tü-tü-tü-tü. Da hinten ist ein Floß. Da hinten ist ein Floß hinter uns. Wo? Drehen wir um, ja? Ja, da kommen wir schnell hin. Hm. So Auch wenn wir sonst nichts haben auf diesem Schiff Prost Ich hätte gerne Lantern Aber die braucht vier Scraps Das üppig So, Ernten, Ernten, Ernten Sehen, Sehen, Sehen Ernten, Ernten, Ernten Sehen, Sehen Ist denn hier kein Wasser drin? Freunde Jetzt gehe ich mal hier die Kiste öffnen Ja, mach mal, mach mal, ich habe schon das Boot angehalten Ah, ist ein bisschen was drin Was ist denn Hinge? Ein Scharnier Ein Hinge Sehlt mal nach hier Ne, warte mal, ich gehe mal Und hol mal den Scheiß Ja, eben Alles Loot, 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 Loot Hai Oh Da ist ein Fässer auch Ja, aber der Hai hat mich Ja, sonst gehe ich jetzt wieder schwimmen Ich muss vorher was essen Oh, da war zwei Mal Schrott drin in dem Fass Alter, du Wie geil Wie geil Was? Schön über mich rüber gesegnet Ich bin fast, so nach dem Motto, fast ersoffen unter Wasser Also das Fähnchen bewegt sich auf jeden Fall Das Fähnchen tut gut, ja Das ist gar nicht mal so schlecht, ja Au Das klang nach Hai Au Ja, ich bin tot Der hat mich dreimal hintereinander gebissen Ja Ja, und nun? Ja, weiß ich nicht Es steht hier Surrender and Respawn Mach mal Oder Waiting for Rescue Da musst du, äh, nur drehen Äh, ich sehe ihn aber nicht mehr Ich drehe jetzt einfach mal das Segel um Ja, genau In diese Richtung, wo ich stehe, genau Aber ich sehe ihn nicht mehr Ja, wir brauchen ja ein Stück, bis wir wieder da sind Wir waren ja ziemlich schnell Ich glaube, da hinten schwimmt er Oder? Also hier steht immer noch Waiting for Rescue oder Surrender Ja, ja, wir gucken gerade Ah, hier ist der Hai Ja Eine gute Idee Ich klicke mal auf Surrender, oder? Seht ihr mich? Mach mal auf Surrender, ja Ne, wir sehen dich nicht Also ich seh's Oh nein Dreimal in kürzester Zeit hat er mich gebissen Das gibt's doch gar nicht Da ist er wieder Ja Servus Mein Inventar ist jetzt komplett leer Schön Ja, gut, das war zu erwarten Hast gar nichts mehr, ja? Ne Macht's schon Sinn, noch ein bisschen Lager immer, äh Ja Aufzubauen und die Sachen ins Lager zu legen, ne? Oder? So eine Scheiße Ich schütz das Lager mal, indem ich etwas mehr Plattform drum herum baue Gute Idee Was kannst, kannst du schon irgendwas bauen, Brilli, oder? Ne, ich hab ja nichts Ich würde erstmal Da schwimmen Sachen Ja Ich geh jetzt schwimmen, weil ich bin ja, hab ja eh nichts Das kann ich auch als einsammeln Hier, ich hab nur ne Tasse Wenn ich wieder sterbe, bin ich halt Wieder tummt Du kannst hier ne Tasse haben, die liegt hier an Bord, also die kannst du gerne Ich hab dich nämlich genau vorhin Vorhin ja gebaut Ach Ja, komm du Papa Komm du Papa So Ein paar Sachen geholt Ach, nervt Vor allem, weil ich einfach mal 10 Steine oder so hatte Ah Hinter uns sind die ganzen Sachen Ich glaub, wir drehen mal um, oder? Wir fahren doch in die richtige Ne Ach ne, doch nicht So Jetzt Jetzt bin ich traurig Oh, Brilli Nicht traurig sein Ist nur ein Spiel Oh, der Hai holt Anlauf Richtung Zwiebel Zwiebel, der kommt zu dir Und er ist da Rams, hat er dich schön gebissen Ich hab ihm die schöne Dinge ins Maul gesteckt Ist er unterm Boot Leute 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 Ja, ihr müsst das Boot drehen Ich komm noch nicht drauf Schwimmst, du schaffst es Ja Wie GPU-Warnung hier Deine Mutter-Warnung Holt die Fässer Da kommen jetzt noch mehr Ich geh jetzt nicht mehr raus Ich bin fast tot Und so einen Haken Wohnt sich das? Wahrscheinlich nicht, aber Es gibt auch so einen besseren Haken Ja, den hab ich immer gebaut Hier vorhin Der kostet 4 Scrap Wann hast du die denn? 6 Scrap kostet er sogar Da wastet er den Scrap, ey Hatte ich halt Wir warten hier, bis wir Scrap kriegen Kommt mal, dass ich einen besseren Haken Ich fass es nicht Naja Ich fass es nicht Ging ja nicht aus dem Allgemeininventar, ja? Der Hai war da, ja Also Still mal Alles ist Allgemeininventar Nein Ist ja einfach nur länger der neue Haken, oder was? Ja, der hält länger und du kannst ihn weiter schmeißen Baut mal lieber einen neuen Forschungstisch Wäre wichtiger gewesen für die Allgemeinheit Können wir ja gleich machen Ich hab nix mehr, um auf den Ofen zu liegen Also Hilfe Ich gucke, ich gucke, ich gucke Ich hab noch ein paar Kartoffeln in der Tresche Einer lenkt aber, oder? Ne Der Wind, mein Freund Der Wind Wir fahren aber Richtung Wir fahren, wir haben einen guten Kurs Alles gut Hai ist hier am Boot Ich fühle mich wie in so einem Arcade-Spiel Wo man die Sachen einsammeln muss Und ich bin der Flieger Da hai kommt Na klar, ey Den kann man überhaupt nicht ausweichen Drecksvieh Ne, kannst du auch nicht Das Mistratten, Mann Die süßen hier eigentlich alles aus Wie soll man denn hier was essen? Fässer Fässer Die drei Holzflangen, aber das ist der Hai Da will ich nicht hin Oh fuck Falsche Taste gedrückt Ach fuck Fuck, fuck, fuck Ah, das war jetzt echt dumm Labert der Hä? Was labert der? Ich hab aus Versehen zwei Lager hergestellt Ich wollte eigentlich Seile herstellen Aber naja Haben wir noch ein bisschen Lagerfläche hier Verstehst du? Was ist los mit dem Ding? Was denn? Ich bin unter dem Flöss Ich bin unter dem Flöss Mein Ding ist Bug, glaube ich Wie immer Ne, wirklich Ich kann es nicht mehr werfen Einholen Drück mal rechte Maus Hab ich schon Rattenmann Da kommen drei Fässer Da ist eine Insel da hinten Vier Fässer Und eine Insel Da war Schrott drin Ja, verbrauchst du auch Um vielleicht nochmal Einen besseren Haken zu bauen Spack Ja, kann ich machen Gute Idee, danke Danke für den Tipp Dann braucht man diese Haken einfach nicht Ne, gar nicht Ne Kann aber schwimmen gehen Die sind voll nutzlos Vor allem hätten wir uns jetzt mal alle um die verschiedenen Fässer gekümmert Dann würde das nicht an uns vorbeischwimmen Ich nehme das mittlere Nimmt einer das außen Oder macht es keiner Ja, ja, ja Ich höre mich gerade um die Nahrungsversorgung Das schwimmt an dir Alter Mach das Ding auf War aus Versehen Ich wollte da gar nicht hin Ist halt ein bisschen eng bebaut hier Okay Die Insel ist ja da hinten Neben hinter der Insel ist noch ein Floß Ein anderes Ich brauche was zu essen Da kommen wieder drei Fässer Die holen wir Wo? Ach da vorne Okay Hier brauchen wir einmal frisch Was eh Komm schon, Essen wird fertig Ich habe gerade erst draufgelegt Das dauert schon Kletterpflanzengliver brauchen wir Das haben wir einmal Aber müssen wir wahrscheinlich anbauen Hi, ich habe keinen Speer Eine Rohre Rebe Da sind wieder drei Fässer In dieselbe Richtung Was ist jetzt der Plan? Was bauen wir als nächstes? Haben wir den Forschungstisch schon wieder? Ich wollte gerade sagen Forschungstisch halt nochmal bauen Forschungstisch oder größeres Crop Ding Dann brauchen wir vier Scraps Was sind denn Scraps auf Deutsch? Schrott? Immer noch Schrott Oh Gott, der Hai ist hinter mir Ich habe sechs Schrott Was soll ich bauen? Das größere Feld Das größere Feld Okay, geht klar Oh, ich werde sterben Ich werde sterben Möwe Das ist recht groß Das große Da, bitteschön Was? Wie schmeißt der denn? Wie ein Mädchen Leute, da sind Sachen Zwiebel, guck mal auf der anderen Seite Das Fass Hä? Hat da So, da war auch nochmal Schrott drin Gesundheit Oh, Schluck auf So, was soll ich jetzt hier pflanzen Mal ein bisschen Ananas Das es dir auch mal ein bisschen besser schmeckt Habe ich schon Wie, hast Ananas reingehauen? Ja Geil Palms sieht Ding nicht Vielleicht gibt es noch einen ganz großen Prop Plot Wahrscheinlich Ach, jetzt habe ich es getrunken Warum nicht? Alles klar Dann verlierst du Achtet ihr auf die Fässer, die da kommen? Nee Momentan achte ich hier Dass wir die Trinksachen aufgefüllt haben Boah, dreimal Scrap war ein Ding Habe ich doch gerade alle aufgefüllt Ja, aber ich weiß Brille hat was getrunken Ich habe was getrunken Und wieder drei Fässer Momentan sind wir im ganz guten Strom Aber Die Folge ist jetzt gleich zu Ende Ich habe den Forschungstisch gebaut Hammer Haben wir den auch geschützt? Wir können nicht alles auf so einem Platt Wir müssen auch sehen, dass wir da noch rum rum kommen Das ist genug Zeug hier noch aus dem Runde Versuche ich Oh, da vorne ist Drei Fässer Guter Kurs Wir könnten ja mal Warte mal Wie sieht es denn mit Betten aus? Weil wenn man Betten hat Dann vergeht die Nacht schneller Und ein Teppich Das ist ganz wichtig Äh Talbachen Wir bräuchten mit Talbachen Hau ab da Scheiß Möbel Dazu bräuchten wir Trockenziegel Für die Trockenziegel brauchen wir Sand und Lehm Wo kriegen wir denn Sand und Lehm her? Ja bestimmt von der Insel Hier sind Fässer Hier sind Fässer Dreh mal einer bei Ja hab ich Bei kommt Hau einmal erwischt Hau einmal erwischt Er dreht Ja Ja War das meine? Habe ich angefangen? Ja Glaube ja Glaube auch Gut Leute Dann Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Hier auf diesem wunderschönen Warte Eine Sache will ich noch placen Kann ich gerade bauen Hier Leute Jetzt geht sie mich ab Zack Die war teuer Aber egal Dann hast du mir Wert Ganz wichtig Genau Jetzt können wir hier endlich In den Farming Simulator 2019 starten Sauber Also unter einem wunderbaren Sternenhimmel Ist Brilli heute Nacht wieder dran Also ab in die Kiste mit dir Bis zum nächsten Mal Haut rein Ciao Gute Nacht Tschüss Leute Tschüss